Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grotesk-Taktics. Das letzte Mal haben wir die schlaue und gutmütige Sandy dazu bekommen. Und die drei hängen irgendwie miteinander zusammen. Oh Gott, Candy, du bist so schwach. Egal. Ich lauf einfach mal schnurstracks dahin. Und wir kämpfen weiter, um die grünen Kristalle zu fü- Warum wirfst du dein Schwert hier mal weg? Drake, Drake, Drake. Wen haben wir hier? Den Engel. Die möchte ich lieber weiter hinten halten. Okay, Ruckel. Deine Chance zu zeigen, was du kannst. Gut. Und Flickflack. Sandy. Erkunden. Naja, so schwer ist diese Höhle ja gar nicht. Ich meine, ich komme hier gerade locker flockig durch. Oh, Kanicke. Wollen wir zuerst die Kanicke? Moskitos werden langsam langweilig. Ich bin immer noch durchnässt und mir wird schon wieder kalt. Drake, tu was! Genau, Drake. Tu was! Ich, äh... Naja, seid doch mal froh, dass wir Gegner haben, die wir locker besiegen können. Wir sind ja noch nicht am Ende des Dungeons angelangt. Am Ende eines Dungeons erwartet eine eifrige Gruppe zumeist halbgöttliche Schätze und wütende Bossgegner. Das stimmt, Holy. Holy sollte es ja wissen. Er hat schon so viele Dungeons geplündert. Nicht wahr, mein starker Held? Unzählige. Seine halbgöttliche Wenigkeit könnte euch da eine nette kleine Geschichte erzählen. Damals in Always Summer Days als ein Haufen Monster... Oh, haltet ein! Ich glaube, ich höre das penetrante Summen von giftigen Moskitos auf der einen und das Knurren hungriger Säbelzahnhasen auf der anderen Seite. Da haben wir unsere Abwechslung. Yay! Okay, zur Frage, will ich mich zuerst gegen die Moskitos anlegen? Ich will mich zuerst gegen die Moskitos anlegen. Okay, volle Kraft voraus. Stürmen wir einfach ihre Burg? Warum seid ihr so weit hinten? Das passt mir gar nicht. Das zerstört die Taktik, Leute. Das zerstört die Taktik. Jetzt muss ich alle nach da vorne laufen lassen. Flick, flack. Okay, ihr Moskitos. Wow, das ist eine Menge Moskitos. Drake, geht's dir gut? Ich hoffe doch mal. Das war keine gute Idee, Drake. Warum bist du nach vorne gestürmt? Niemand hat das von dir verlangt. Shit. Das war wirklich keine gute Idee. Ja, ich messen sie einfach nieder. Holy kommt doch jetzt mal in Reichweite, oder? Nein, tut er nicht. Mandy ist am Arsch der Welt. Ah, und Angeli. Ah, natürlich. Aber jetzt, meine elenden Damen. Nein, du bleibst mal ein bisschen weiter hinten. Okay, du bleibst nicht weiter hinten. Flick, flack. Okay. Warum ist das alles so nützlich? Ha, ha. Oh nein, nicht der Angriff. Au, au, au. Autsch. Du, eigentlich, ich hoffe, du überlebst das. Du ziehst dich mal besser zurück. Machst da einen auf verteidigen. Und Holy geht nach vorne. Das ist eine epische Rüstung. Sollst du diese Angriffe doch raushalten können. Okay. Hilf mal, dein Holy. Du bist natürlich die Stärkste. Gut. Das war interessant. Ich möchte dich ja gern heilen, Drake. Du bist arg verletzt. Ausgezeichnet. So mag ich mein Spiel. Schön, fair und gerecht. Okay. Hier seid ihr wieder dran, ihr Moskitos. Nein, nein. Nicht, Ruckel, schlagen's. Ich komme wieder. Verdammt. Nein, Ruckel, tu's nicht. Tu's nicht. Was hat es dir jetzt gebracht? Was, dass du noch mehr Moskitos angelacht hast? Und alle blind gemacht hast. Was soll das? Nein. Ich beschütze meinen Holy. Wer steht im Weg? Wer steht im Weg? Ich hoffe, niemand. Oh, nein, Ruckel. Ah gut, der weicht aus. Oh, gut gemacht. Gut gemacht, Candy. Ich bin stark beeindruckt von dir. Nein, Drake, geh lieber dahin. Okay, die Moskitos sollten jetzt bald ausgerottet sein. Oh, Holy, du bist wieder mal so kräftig. Keine Angst, Candy, das passiert jene Mal. Oh, Angelie. Wie, wie heißt sie nochmal? Ich hab deinen Namen... Warum hab ich ihren Namen vergessen? Angelina. Angelina Jolie. Ups. Hier ist halt eine blind... Blind vor Wut. Was ist das? Das ist ein fetter Moskito. Großer Moskito, verdammt. Das könnte haarig werden. Okay, hilf deinen Schwestern. Nett. Oh, nein, der große Moskito. Oh, zum Glück. Er steckt in seinen Stacheln nur hinein. Das ist... Das ist mit Abstand die erste große Schlag, die ich hab. Und ich schlag mich... Recht gut. Würde ich mal so behaupten. Auch wenn alle meine Frauen blind sind. Mandy, nicht so wütend. Versuch ein bisschen Aggressionstraining. Gut, Candy. Candy, ernsthaft? Das muss ich den Engel nach vorne schicken. Nur wegen dir. Obwohl ich das eigentlich nicht gerne mache. Aber sie ist halt nicht blind. Und Flickflack Sandy... Schafft's auch nicht zu treffen. Oh, Rucke, deine Fähigkeit ist so bescheiden. Autsch. Tu wenigstens was, Rucke. Okay, wir können alle wieder sehen. Das ist gut. Der große Moskito. Er ist ein wahrer Endgegner. Oh, ich werde ihn zu Fall bringen. Gut gemacht, Mandy. 50 Erfahrung. Oh, da muss ich noch die Hasen alle töten. Das wird eklig. Ah, Candy, 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 Candy. So. Ich will niemanden verlieren. Deswegen gehst du mal nach da. Haben wir da hinten noch was? Nein, hier kannst du stehen. Okay. Sandy... Äh... Nein. Doch, Sandy. Sandy, bleib mal hier. Rucke, Rucke geht mal da hin. Das ist keine gute Idee gewesen. Ah, doch. Rucke kann gut ausweichen. So viele Moskitos. Oh. Oh mein Gott. Okay, Drake. Auf zum Angriff. Du kümmerst dich um die Größen. Du kümmerst dich um die Halbgrößen. Die unterstützt du an, Holy. Oh, die Hasen. Ich höre sie schon. Das ekelt mich jetzt schon an. Gut. Okay, haben wir irgendjemanden, der hart am Schwachsein ist? Du. Erstmal aufsammeln. Ich glaub zwei. Genau. Langsam hab ich die Schnelltasten abkürzen und raus. Du kümmerst dich um den kleinen Moskito. Okay, das hat fast funktioniert. Oh nein, noch nicht noch einer. Das wird ein harter Kampf. Holy, wenn ich bitten dürfte. Oh, habe ich euch eigentlich schon von meiner letzten Heldentat erzählt? Bla, 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 bla. Na gut, schlafe sie alle ein. Der Große schlaft auch, das ist gut. Kann ich mich um den kümmern. Du gehst mal, nee, du gehst mal dahin. Ah, diese Fähigkeiten. Drake sein ist wenigstens noch nützlich. Auf irgendeine Art. Aber Holy, na, ich weiß nicht. Deine kommt mir so... Äh, wie soll ich sagen? Nicht ganz so prickelnd vor. Okay. Ah, ich mag das Spiel. Es ist so... So spaßig. Okay, Ruckel muss auf jeden Fall geheilt werden, wenn wir wieder dazukommen. Erstmal alles einsammeln. Ich glaube, da hinten möchte ich noch nicht landen. Ja, ich möchte erst hier lang. Kann man da hinten hin? Nö. Okay. Dann geht's jetzt zu den Killerkaninchen. Oh, da ist schon eins sehr weit vorgedrungen. Aber okay. Wir können das gemeinsam schaffen. Ich und die bösen Helden. Die Anti-Helden. Der Flickflackmuff ist geil. Gut gemacht. Okay, lass uns vorsichtig... Lass uns vorsichtig nach vorne gehen, sodass jeder beisammen ist. Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Bei der Macht von Glory! Das ist von Angst auf Schuhe, auf drei Verbündete. Okay. Das ist übelst nice. Würde Candy Club sagen. Oh, hi, 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 hi. Das ist übelst nice. Was ist passiert? Ich bin Spannendes hier in der Welt von Glory. Mehr Hasen töten und Moskitos schlachten. Okay. Der gute Engel, ich möchte dich näher an den Leuten haben. Was du... Warte, ruckel, ruckel. Genau, du könntest mal ruckel heilen. Damit du wenigstens etwas Sinnvolles getan hast. Und du bleibst da. Ruckel. Ah, es sind so enge Gänge. Hehehe. Dummer Hase. Hast du nicht gelernt? Oh, okay. Okay, Drake. Der Hase weg. Oh. Was ist los, Holy? Blut ist da etwa. Ich hoffe doch mal nicht. Das ist das Letzte, was ich jetzt geboren könnte. Aber okay. Hasen töten. Oh, ja. So, ich könnte gleich auf den angreifen. Und das mach ich, glaube ich. Surprise. Wurkel, du gehst da hin. Ich muss deine Leiste im Auge behalten, damit er nicht zu nah an den Leuten steht. Du unterstützt Candy, Sandy. Verdammte Hasen. Den ihre Leiste fühlt sich nur, wenn Holy angegriffen wird. Weil sie ja irgendwie eifersüchtig sind. Gott, wie süß die Hasen einfach sind. Die machen keinen Schaden. Da sind die Moskitos ja noch gefährlicher. Mal ganz ehrlich. Okay, Holy, du... Du gehst da hin. Er macht so viel Schaden. Das ist unglaublich. Verdammter Hase. Du wirst mir nicht noch einmal in die Quere kommen. Hier sind genug Kristalle für alle. Also macht Platz und lass dich besiegen von dem Engel. Danke. Das ist eine gute Erfahrung. Das kann ich jetzt am besten gebrauchen. vor allem du, Ruckel. Vor allem du. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen Gold finden, damit ich jeden ausrüsten kann. Danke, Hase. Endlich. Endlich mal wieder erkunden, nett erkunden, Sachen lupen. Karotte des radikalen Vegetariers. Oh mein Gott, was ist? Was ist die Karotte des radikalen Vegetariers? Schmuck. Mana plus 2, Bewegung plus 1, Geschick plus 1. Okay. Ich weiß mal, Ruckel hat das verdient. Da kriegt er Bewegung und Geschick. Das ist, glaube ich, gut für ihn. Hoffe ich zumindest mal. So. Noch ein paar von diesen ekligen Kristallen einsammeln. Da hinten. Und dann noch den Big Boss klatschen. Okay. Habe ich den da schon? Ich glaube, ja. Hier. Ja, ich habe sie schon. Wie viele Kristalle habe ich jetzt eigentlich? 9. Das heißt, die letzten müssten noch da hinten sein. 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Dort, in dem Bereich, sollte sich der Rest der Kristalle befinden. Danach können wir nach Westwind gehen. Oh, endlich. Eine Halle voller Kristalle, Science. Lasst mich die Glitzerdingens tragen. Das ist ein nettes Angebot, Ruckel, aber... Nein, danke. Ähm, ist schon in Ordnung, Ruckel. Wir bringen das unter. Nun denn, dann lasst uns mal. Habt ihr das auch gehört? Was, Mandy? Flüchtens! Ganz schnell, flüchtens! Wartet, Ruckel. Es ist nur ein Steinhaufen? Äh, ein ziemlich großer, lebendiger Steinhaufen. Autschi! Das Ding hat wohl etwas dagegen, dass wir die Kristalle mitnehmen. Oh, Autschi! Dann soll es so sein. Nieder mit dem Steinhaufen! Holly, warum bist du doch nicht immer so weit da hinten? Du bist, du bist der Tank. Du müsstest eigentlich da vorne immer stehen. Äh. Alles klar. auf zum Angriff, Leute. Neuer Feind. Ich positioniere mich und mach den Dweck spezial. Das ist noch die geblendete. Jetzt. Gut. Und du auch gleich hinterher. Wir müssen eure Spezialangriffe benutzen. du kannst nur heilen. Du bleibst mal auf warten. Ruckeln. Gut. Okay, dein Angriff. Ah, uh. Das war mies. Was haben wir? 25. Das ist noch gut. Kann man verteidigen. Gott, der ist so hart. Mmh, hart. Was wird jetzt eine Weile dauern, bis der tot ist? Oh, Junge. Warte mal, diese Kreise auf dem Boden. Geh mal nach deinem Ruckel. Was macht dein Angriff eigentlich? Angstschaden verbundet den Gegner. Okay. Ah, er ist schon verbundet, Liga. Immer feste Truff, Leute. Dieser Golem ist kein Kinderspiel. Nein, 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 nein. Ruckel schlagens. Ich komme wieder. Okay, das könnte vielleicht nützlich sein. Mmh, naja. Yeah. Holy, warum hast du eigentlich noch keine Fähigkeit erlernt? Klein, hau. Die Fähigkeit lässt sich nur gegen schwache Wesen, ach so. Level up. Nice. Okay, Ruckel, du gehst wieder nach da hinten. Die Wunde ist noch drauf. Okay, habe ich jemanden, der geschwächt ist? Ich glaube, Ruckel war geschwächt. Ja. Okay. Ah. Okay, das ist nicht gut. Aber ich glaube, den Boss sollte ich schaffen. Ich bin stark genug. Okay, das war ein einfacher Angriff. Nein, du, ich lasse dein Schwert in der Hand. Das ist doch nicht weg. Du auch, Hauli. Hauli, Hauli, Hauli. Das hat zum Glück keiner gesehen. Okay. Das machst du nicht noch einmal, Golem. Daneben. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Riesentöter. Erhöhlt den dreifachen Angriff um drei bis fünf Schaden. Bei Gegnern in der Klasse Riese versorgt der Riesentöter noch zusätzlich Schaden. Bist du ein Riese? Fraktion Berserker. Nein, leider nicht. Aber gut zu wissen, dass ich einen Riesentöter habe. Wie du mal keine Chance hast, Boss. Okay, ich glaube, die nächste Angriffswelle sollte ihn töten. Autsch. Wer wird den finalen Schlag landen? Wird es Hauli sein? Na, natürlich. Warum zweifle ich daran? Wir haben den Steinhaufen besiegt. Das war eine halbgöttliche Arbeit. Oh, mein Held. Ihr habt so gut gekämpft. Schön. Nehme ich mal mit, was ich kriegen kann. Leuchtender Kristall. Was ist das? Leuchtender Kristall. Gesundheit und Resistenz. Das passt natürlich gut zum Hauli. Da er jetzt viel mehr aushält. Was hast du eigentlich an, Drake? Ah ja, den Zahn. Okay. Verdammt, wir haben eine Jungfrau getötet. Ups. Ihr Schweine! Haare! Pff, 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 pff. Ah, Southpuck an Spielen. Schön. Schön, schön. Ich sehe gar nicht, wo diese Fallen sein sollen. Das ist unfair. Jetzt muss ich die nachher wieder heilen. Aber okay. Ich denke, wir haben jetzt alle Kristalle beisammen. So viele Glitzerdingens. Wir können sicher ein paar als Souvenir mitnehmen. Weg damit einen Langfingern, Ruke. Die Bewohner von Westwind kriegen sie und niemand anderes. Ich werde schon was alleine finden. Ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Gute Arbeit. Damit haben wir uns einen Namen gemacht und gemeinsam unseren ersten Dungeon geplündert. Yes. Ich fühle mich schmutzig. Bitte bringt mich endlich zu einem Ort, in dem ich ein heißes Bad nehmen kann. Sollen wir nicht zuerst zum Dorf Westwind gehen und die Kristalle zurückbringen? Ich sagte, ein heißes Wulfillbad mit Wulfillschaum. Okay, okay. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Dann lasst uns zuerst zurückkehren. Sprecht seine halbgöttliche Wenigkeit wieder an, wenn ihr soweit seid. Okay, lasst uns zurückgehen. Seid ihr soweit? Ja, lasst uns aufbrechen, Holy. Es waren heute harte Kämpfe. Es ist sicher nicht verkehrt, uns zuerst auszuruhen. Kommt, Jungfrauen! Und der Rest. Schön. Äh, eine Jungfrau ist tot. Ich lebe sie mal lieber wieder. Was wünscht ihr? Äh, ich möchte ein paar Mitglied eurer Party ist schwer verletzt. Das macht 20 Gold. Und jetzt schwert ab. Danke. Ah, schön, schön, schön. Okay, aber darf ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, für Glory. Ciao. Ja. Ja.